Ich lade euch zu meiner Autogrammstunde ein am 31.05. von 16 bis 20 Uhr im Alexa-Einkaufszentrum in Berlin. Hey, meine Damen und Herren Walken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit der Linsky. Hallo! Wir befinden uns hier in einer nicen Luxus-Villa und haben ganz viele Klone erschaffen. Das heißt, es gibt hier ungefähr 120 mal Banks und Elina. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir spielen Heiden Sieg. Aber der Sucher ist nicht nur einfach irgendein Sucher. Nein, der Sucher kann sich mit dem Omnitrix in einem Band-10-Superhelden verwandeln. Zum Beispiel Forearm und Rip Jaws und Wild Mutt und Cannonball, Grey Matter Upgrade. Was weiß ich, Leute. Mega viele krasse Aliens. So, genau. Ich bin gespannt, Elina. Willst du zuerst suchen oder willst du zuerst verstecken? Äh, ich will als erstes mich verstecken. Okay, dann such dir mal ein Versteck. Ich entscheide in der Zwischenzeit schon mal, welchen Superhelden. Wollen wir random machen, Leute? Ich mach die Augen zu. Pass auf. Äh. Oh, wartet. Äh. Oh. Achso. Ja, gut. Ähm, warte. Ich mach hier irgendwie so. Zack, den. Ah. Ist der gut? Ich weiß nicht. Aber wir nehmen den. Okay, Elina, sag Bescheid, wenn du ready bist. Ja, ja, mach ich. Wir verwandeln uns. Bam. Das habe ich mir für Fähigkeiten. Sprint praktisch. Tornado praktisch. Alter, Zeit verlangsam. Bewegen die sich dann hier alle nicht mehr oder langsamer? Nö, die sind irgendwie immun. Wow. Alter, das war ziemlich schnell. Okay, Leute, wir haben Sprint. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Das ist voll OP. Ich kann die alle checken. Okay, das Problem ist, wenn ich dich treffe, dann brauchst du ja nur stehen bleiben. Weißt du? Weil dann checke ich ja gar nicht, ob du das bist. Habe ich dich schon getroffen? Du bist so ruhig. Nein. Echt nicht? Im Tornado vielleicht? Oh. Alter, habe ich da viel hochgewirbelt. Chill. Mann, aber ich habe... Du bist im Haus, Elina. Weiß ich genau. Oh nein, jetzt greifen die mich an. Weg mit euch! Tornado! Alter, ich habe die in die obere Etage geboostet, Elina. Alter. Mein lieber Erinnerungsverein. Oh, ich greife die mal aus Versehen an, weil der diese Fähigkeiten aktiviert. Das ist nicht meine Absicht. Mann, ich habe schon voll viele abgecheckt jetzt, Elina. Oh, meine Superheldenfähigkeit ist weg. Oh, jetzt müssen wir kurz warten, bis der Omnitrix sich wieder aufgeladen hat. Wir können aber in der Zwischenzeit weitersuchen. Ne, das war zu... Hallo? Ne. Ne. Die! Nein, jetzt greift die mich an. Mann, Elina, was hast denn du für Killerbräute hier? Die sollen mal abbauen. Ja, jetzt ist meine Fähigkeit wieder da. Wer ist jetzt der King, hä? Wie viel Zeit habe ich noch, Elina? Muss ich mir einen Tipp geben. 2 Minuten 49. Du hast noch die Zeit der Welt, Ben. Aber ich habe alles kontrolliert. Ich bin ja übelst schnell, weißt du? Deswegen frage ich mich gerade. Dann könnte es halt hier hinten noch sein. Ne, du bist bestimmt im Haus. 100 pro bist du im Haus. In irgendeinem Raum, in dem ich noch nicht war. Hier hinten. Die! Sprint doch! Du bist die hier, oder? Bist du die? Nein. Oh! Hey, der Sprint sieht voll wenig ab irgendwie. Ich kann die Leute damit gar nicht killen. Das ist bedauerlich. Hm. Bist die nicht. Oh, hier kommen wir der Sache näher, Leute. Aha. Hörst du mich eigentlich, wie ich rumsprinte? Nee. Sollen wir einen Tipp jetzt hier, oder? Nein, 1 Minute 58 hat er noch. Oh, echt? Die Zeit ist ja... Zeit ist ja echt... Oh, da oben, die ist ja auch übel. Leute, ich zeige euch mal was jetzt. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Passt auf. Und, lass auf. Ho, ho! Alter, habt ihr das gesehen? Das war so cool. Jetzt gib mal einen Tipp endlich, Iwina. Ich bin hier mit meinem Latein am Ende. Was? Du hast noch 1 Minute 36. Erst ab einer Minute gibt es ein Tipp. Ja, aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe alles durchsucht. Dann hast du nicht sorgfältig genug durchsucht. Oh, da ist was ganz Auffälliges. Nein! Bist du das? Nein. Ja, ich wusste, dass das Fake ist. Das hat man voll gehört. Okay, das war so ein Dach versteckt. Das war OP, Alter. Na, vielleicht bist du doch draußen. Oder doch oben. Nee, oben war ich doch auch schon. Und ich war halt wirklich überall schon. 4, 3, 2, 1. Also, ich bin nicht im Haus. Ja, wusste ich es doch. Ähm. Hier. Ja, das war es eigentlich auch schon. Hä? Hä? Gib mal einen Tipp vor dem Haus, hinter dem Haus. Ähm, ich glaube, das ist vor dem Haus. Also, ich glaube, da, wo wir als erstes waren. Das war jetzt aber schon mega krass. Ja, ist ein Tipp. Da musst du mich aber sehen gerade, oder? Oh, hier war ich noch nicht, Leute. Hier. Nee, das bist du auch nicht. Hier im Gewächshaus? Hä, du siehst mich nicht? Ach, vor dem Haus. Ach so, dann bist du gleich... Hau mal, jetzt chill doch mal. Dann bist du hier. Das ist vor dem Haus ja eigentlich. Was noch? 22 Sekunden. Hä, aber... Das bist du. Nee. Mann, du hast dich gut versteckt, hä? Ja, du findest mich niemals. Da muss ja eine von denen hier sein. Siehst du mich? Nein. Hä? Bist du die hier? Drei, zwei, eins. Hä, das war krass, Idina. Wie hast du das gemacht? Herr Bär, bist du? Warte. Bist du auf der Poolseite oder auf der anderen Seite? Ich bin, glaube ich, auf der anderen Seite. Bei der Schaukel? Bei der Schaukel? Hier. Ah, hier. Hier. Wo? Ben. Jawohl. Ich fliege immer weiter nach oben. Ah, da. Hä, hier standest du? Da bin ich doch vorbeigelaufen. Du hast mehrmals sogar. Du hast mich einmal sogar erwischt. Oh, nee, Leute. Ah, verdient ist 1-0 für Elina. Ja, XLR, ey, du hast es nicht gerissen. Überleih, mein Kumpel. Mann, GG. Okay, ich suche mir jetzt einen Versteck. Runde Nummer 2. Elina hat sich als... Wer bist du? Diamond Head. Diamond Head, okay. Das ist doch der, der so Diamanten schießen kann und so. Ja, der kann halt Schilde machen und hat ein Diaschwerd. Ja, aber was bringt ihr das beim Suchen? Keine Ahnung. Das Diaschwerd war nicht cool. Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Bin bereit. Er wird gar nicht da rumgefackelt, Elina. Bin bereit. Alter, das geht auch schnell. Dann wieder der Timer. Drei, zwei, eins. Let's go. Wir müssen den Punkt tun. Das haben wir direkt verloren, Leute. Das wäre nicht gut. Das wäre bitter. Nee, das wäre echt nicht so geil. Ich glaube, ich stehe ganz gut. Ich sehe dich. Aoha. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt wieder. Aoha. Jetzt nicht mehr. Aoha. Kannst du auch noch was anderes sagen? Aoha. Aoha. Ach nee, hier war ich doch schon. Oh Mann, oh. Ich glaube, du warst überall schon. So groß ist die mehr, Bärdich. Wie viel Zeit hast du noch, Elina? Ich habe noch. Ich baue einen Tab. Oh, ich bin draußen hinterm Haus. Also da, wo die Garagen sind. Okay. Wie viel Zeit hast du noch oder hast du mich jetzt verarscht? Nein, ich habe es noch 38. Also, wenn du sagst noch drei Minuten, da hast du... Der Pay. Au. Oh Mann. Mann. Ups. Was machst du denn jetzt hier? Was machst du denn hier? Wo bist du? Wo bist du? Das ist aber Schnappatmung hier. Mann. Ich greife hier dann... Ich habe nur noch sieben Sekunden und das hier und das hier. Und dann mache ich das hier. Und dann... Nein. Julia, ich habe dich die ganze Zeit angegriffen. Hä? Oh nein. GG 1,1. Jetzt gibt es dir einen Schall. GG. Das heißt, ich suche jetzt nochmal als Ben 10 Alien Super Heldheimer. Ich bin gespannt, welchen wir auswählen. Yeah. Die letzte und alles entscheidende Runde steht 1 zu 1. Wir dürfen uns verwandeln. Nina sucht sich im Versteck. Und wir haben uns ja schon eigentlich entschieden, denn wir nehmen einen, den wir noch nicht hatten. Das ist entweder Upgrade oder Gray Matter. Ich würde sagen, wir nehmen Gray Matter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es von nehmen. Wobei Upgrade klingt auch nice, ne? Ene mene Kiste. Es rappelt in der Kiste. Ene mene Mech. Idina hat Speck. Upgrade nehmen wir. Bist du ready, Nina? Ja, ich bin ready. Oh, hä? Achso, ich habe es falsch gedrückt. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Bam. Yeah. Uuuh, da sehen wir heftig aus. Achso, ich kenne jetzt die Fähigkeiten gar nicht. Laser. Hoho. Aber das zählt aber nicht als Hit, wenn ich die treffe damit. Das heißt, damit kann ich Idina nicht wirklich... Das hat ja einen ewigen Cooldown. Ich kann das nicht mehr benutzen. Mist. Paraglider, Alter. Yo. Okay, mega cool. Was kann das? Übelst schnell über so... Über so, ähm, äh... Also, wie nennt man das? So Kabel. Okay, verstehe ich nicht. Regenerieren. Uuuh. Okay, damit kann ich mich heilen. Aber das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Oh. Hey, wartet mal. Sneaken an der Stelle. Dann können wir uns upgraden, oder wie? Ja, damit können wir Blöcke upgraden. Das ist ja mega cool. Aber nicht alle. Na gut, das bringt mir jetzt aber in der Episode nix. Also, in der Runde nix. Okay, wir haben den Paraglider. Der ist schon OP. Da können wir fliegen. Und den Laser. Der bringt aber leider auch nicht so viel. Ja, wir treffen zwar, aber das... Okay. Egal, Leute. Wir machen das hier auf easy. So. Ah, meine Taktik klappt nicht so wirklich. Die laufen mir nicht alle mehr hinterher. Mann, jetzt ist es jetzt schon die Hälfte der Zeit, Rumidina. Ich habe keine Fähigkeit, die mir was bringt. Ich hätte... Oh, die Fähigkeit ist weg. Darf ich den Helden wechseln? Ach ja, mach ich. Sie wird zur Runde. Gray Matter gleich. Wir müssen aber 30 Sekunden warten, Leute. Cooler. Und der Omnitrix hat ja nicht unendlich Energie, ey. Ey, du bist das. Achso, nehm. Oh, au. Mann, ich habe aber schon wieder so viele abgesucht. Ich meine, es sind doch hier nur 50 Elinas. Oder 60. Ah, okay. Es ist Zeit für Gray Matter. Vielleicht bringt der es ja mehr. Hör auf, mich zu schlagen. Mann. Elina, ich habe keine Zeit, Gray Matter zu aktivieren. Killer Elinas laufen mir hinterher. Gray Matter. Joa, ich bin mega klein. Okay, warte, 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 warte. Wir haben zwei Fähigkeiten und TNT. Ah, okay. Agilität. Doppelsprung. OP. Und Small. Ah, das heißt, wir sind... Ah, okay. Das ist cool. Na, Doppelsprung ist schon ein bisschen besser. Wir haben Feuerzeug, Leute. Kann ich hier mal ein bisschen Stress machen? So, hier. Kommt her. Die Banks, das bin ja ich. Okay, da... Hier, bist du das? Hä? Bist du das? Noch nicht. 28 Sekunden. Immer mit der Ruhe. Ich wurde gekillt von denen, ey. Jetzt meine Fähigkeiten. Wer verdient die, die das mich gekillt haben? Wir sind aber auch Killer-Biester, sage ich dir, du. Okay. Tipp. Tipp. Noch nicht. Tipp. Noch nicht. Tipp. Ich werde dich ohne Tipp niemals finden. Das ist viel zu schwer. Ich kann dir jetzt schon mal so einen Minitipp geben. Ich habe dich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, boah, ich war überall schon. Das finde ich nix. Als du von wilden Kindern in das Volk geworden bist. Das war im Haus, ne? Nee. Nein, das war hier draußen. Ja, das war draußen. Wer bist du hier? Bist du hier? Nein, nein, nein. Da bin ich auf jeden Fall nicht. Alles hat so viel, die hast du hier weggesprengt, ey. Also, Tipp. Ich, also dort, wo ich bin, ist es auf jeden Fall sehr heiß. Sehr heiß. Am Lagerfeuer. Aber da sind nur zwei. Bist safe nicht du. Aber die könntest du sagen. Alter, wo sind die hingeflogen? Nee, da bist du aber nicht du, ne? Wo ist es denn noch heiß? Im Keller, im Ofen. Ah, da war ich schon. Kamin. Mann, ich bin voll langsam, wenn ich nicht rolle, ey. Ich habe einen Karma Speed. Kamin. Ist das heiß, ist es halt. Kamin. Kamin. Oh. Bist du das? 3, 20 Sekunden. Das bist du. Nein, nein. Nein, stimmt. Ich sterbe gar nicht. Ich habe dich gefunden. Aber der Tipp war mega krass. Ohne den Tipp hätte ich dich niemals gefunden. Guck mal, Lina, wie ich die wegboosten kann. Das ist mir lustig. Warte, warte, warte. Oh, Alter. Tada. Hier bin ich wieder. Ich habe gewonnen. Man muss auch fairerweise sagen, dass ich Nieder mir so einen krassen Tipp gegeben habe. Da konnte ich ja nur noch gewinnen. Lass unbedingt einen Like da, wenn ihr mehr Heidezieker-Episoden sehen wollt. Und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen, ne? Haut rein, euer Benson. Tschö. Tschaui. Tschö. 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 Tschö.